Was ist das für den HSV? Ich hätte selber nicht mehr gedacht, dass es irgendwann nochmal klappt, für den HSV zu spielen. Aber ich bin dementsprechend glücklich, jetzt hier auch zu sein. Und auch froh, dass es jetzt alles in der Kurzfristigkeit noch von allen Seiten gut geklappt hat. Die sportliche Situation sieht ja zurzeit sehr gut aus. Ich habe die Spiele natürlich auch alle mitverfolgt und habe gesehen, im ersten Spiel gegen Darmstadt hat man sich schwer getan. Und dann ist man eigentlich von Spiel zu Spiel stärker geworden. Hat jetzt auch am Ende überzeugend die Spiele gewonnen. Nicht nur knapp mit einem Torunterschied. Und dementsprechend komme ich da natürlich auch in eine super intakte Mannschaft rein. Und werde schnellstmöglich versuchen, meinen Platz zu finden. Und meinen Teil zum Erfolg auch beizutragen. Ja, das Derby verfolgt ja sowieso wahrscheinlich ganz Deutschland. Dann noch auf den Montagabend. Einen besseren Einstand kann man eigentlich nicht geben. Ich hoffe natürlich dann auch dabei zu sein. Auch auf meine Einsatzminuten zu kommen. Dafür habe ich jetzt noch gute zwei Wochen Zeit, um auch hier anzukommen, sportlich. Und ja, ist natürlich ein Derby, was eigentlich auch jeder Spieler dann gerne mal spielen möchte. Und dann fragt dann nochmal ein paar Tage. Und dann können wir es auch jederzeit, um zu machen, eine große Zeit, von denen wir immer wieder ankommen. Oder werden wir es eben auch immer wieder ansehen. Oder werden wir das auch immer wieder ansehen? Vielen Dank.